Der Weißstorch lebt in Eurasien in offenen Landschaften. Er ernährt sich von Fischen, Fröschen, Mäusen, Würmern und Insekten. Der Vogel erreicht eine Körpergröße von bis zu einem Meter und eine Flügelspannweite von bis zu 2,20 Meter. Wegen seines auffälligen Begrüßungsrituals mit aufeinanderschlagenden Schnabelhälften wird er auch Klapperstorch genannt. Weißstörche nisten auf erhöhten Plätzen teils auch ausgedienten Schornsteinen oder Strommasten. Die Zugvögel überwintern in Afrika südlich der Sahara.